In den frühen Morgenstunden des 28. Mai 2016 ereignete sich in Zimbabwe ein sehr ungewöhnliches und beunruhigendes Ereignis. Ein riesiger afrikanischer Elefant nährte sich langsam der Bummi Hill Safari Lodge. Sein Gang war unsicher, und es schien, als könnte er jeden Moment zusammenbrechen. Die Mitarbeiter und Gäste der Lodge beobachteten erstaunt, wie das geschwächte Tier scheinbar absichtlich die Hilfe von Menschen suchte. Alle waren erstaunt, wie klug sich der Elefant erwies. Er schien zu verstehen, dass nur Menschen ihm helfen konnten, und kam absichtlich zur Lodge. Dieses ungewöhnliche Verhalten beeindruckte die Anwesenden und brachte sie zum Nachdenken über die Intelligenz und Tiefe dieser majestätischen Tiere. Der Elefant, der später Pretty Boy genannt wurde, wurde von einem örtlichen Arzt sorgfältig untersucht. Man fand zwei alte Schusswunden an seinem Ohr, eine schwere infizierte Wunde an seiner Schulter und vor allem eine tiefe Schusswunde an seiner Stirn. Es war klar, dass Pretty Boy ein Opfer von Wilderern gewesen war. Ohne Zeit zu verlieren, kontaktierten die Mitarbeiter der Lodge Dr. Richard Hoare, einen erfahrenen Tierarzt, der auf die Behandlung von Wildtieren spezialisiert ist. Als er von der kritischen Situation erfuhr, flog Dr. Hoare sofort mit einem Hubschrauber aus der Hauptstadt Harare ein, um dem verletzten Elefanten zu helfen. Um Pretty Boy sicher untersuchen und behandeln zu können, betäubten der Tierarzt und sein Team den Elefanten zunächst. So konnten sich die Menschen dem riesigen Tier gefahrlos nähern, das nun ruhig auf dem Boden lag. Dr. Hoare und seine Assistenten reinigten vorsichtig die tiefe Wunde an Pretty Boys Schulter, die zehn Zentimeter tief war. Mit einem speziellen Metalldetektor überprüften sie, ob sich noch Geschosssplitter in der Wunde befanden, fanden aber nichts. Die Wunde an der Stirn von Pretty Boy beunruhigte alle am meisten. Sie befand sich in gefährlicher Nähe zum Gehirn, und die Tierärzte befürchteten, dass sich die Infektion weiter ausbreiten könnte. Glücklicherweise stellte sich nach einer gründlichen Untersuchung heraus, dass die Wunde das Gehirn nicht erreicht hatte, und der Elefant hatte wie durch ein Wunder überlebt. Die Behandlung dauerte mehrere Stunden. Während der komplizierten Operation erhielt Pretty Boy hohe Dosen von Antibiotika, um die Infektion zu bekämpfen, und Schmerzmittel, um sein Leiden zu lindern. Außerdem wurde dem Elefanten ein spezielles Halsband mit einem Funksender um den Hals gelegt. So konnte man seine Bewegungen und seinen Gesundheitszustand nach der Genesung überwachen. Als die Operation abgeschlossen war und die Wirkung des Beruhigungsmittels nachließ, kam Pretty Boy langsam auf die Beine. Trotz seiner Erschöpfung funkelten seine Augen. Er schaute die Menschen an, die ihn gerettet hatten, als wolle er sich bei ihnen bedanken, und ging langsam zurück in den heimischen Busch, wo seine Herde auf ihn wartete. In den folgenden Wochen überwachte das Veterinärteam den Zustand von Pretty Boy genau. Sie waren erfreut zu sehen, dass er jeden Tag kräftiger wurde. Sein Appetit verbesserte sich, und die Wunden begannen zu heilen. Der ungeheuerliche Vorfall mit Pretty Boy blieb nicht unbemerkt. Ein Video von seiner Rettung verbreitete sich weltweit und erregte bei Millionen von Menschen Bewunderung und Mitgefühl. Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Die örtlichen Behörden und Naturschützer beschlossen, der Wilderei in diesem Gebiet ein Ende zu setzen. Da sie wussten, dass Kriminelle oft an den Schauplatz ihrer Verbrechen zurückkehren, wurde ein hartes Durchgreifen gegen Wilderer angekündigt. Ein teamerfahrener Ranger legte sich mehrere Tage lang auf die Lauer und verfolgte die Elefantenherde unauffällig. Ihre Geduld und Wachsamkeit wurden schließlich belohnt, die Wilderer kehrten zurück und hatten vor, den verwundeten Pretty Boy und möglicherweise weitere Tiere seiner Herde zu töten. Doch dieses Mal war das Glück nicht auf der Seite der Verbrecher. Die Ranger handelten schnell und entschlossen und konnten die gesamte Gruppe der Wilderer festnehmen. Jetzt drohen ihnen ein Prozess und lange Gefängnisstrafen für ihre grausamen Taten gegen die Wildtiere. In der Zwischenzeit erholte sich Pretty Boy weiter. Mehrere Monate nach dem Vorfall konnten die Tierärzte mit Freude verkünden, dass er sich vollständig erholt hat. Nur die tiefe Narbe auf seiner Stirn wird für immer an die Tortur erinnern, die er durchgemacht hat. Diese Geschichte wurde zu einem Wendepunkt für die Region. Sie lenkte nicht nur die Aufmerksamkeit auf das Problem der Wilderei, sondern zeigte auch, wie wichtig rechtzeitige Maßnahmen zum Schutz der Wildtiere sind. Viele Menschen, die durch Pretty Boys Geschichte inspiriert wurden, begannen, aktiv Naturschutzorganisationen zu unterstützen und sich an Programmen zum Schutz der Elefanten zu beteiligen. Der Fall von Pretty Boy machte auch die bemerkenswerte Intelligenz und emotionale Tiefe von Elefanten deutlich. Die Art und Weise, wie er die Menschen um Hilfe bat, veranlasste viele, ihre Haltung gegenüber diesen majestätischen Tieren zu überdenken. Letztendlich wurde die Geschichte von Pretty Boy zu einem Symbol der Hoffnung. Sie zeigte, dass selbst im Angesicht von Grausamkeit und Ungerechtigkeit gemeinsame Anstrengungen, Mitgefühl und entschlossenes Handeln zu positiven Veränderungen führen können. Dieser Fall erinnerte uns alle an unsere Verantwortung, die Natur zu erhalten und ihre schwächsten Bewohner zu schützen. Das war erinnert uns alle, die Natur zu erhalten und die Natur zu erhalten und die Natur zu erhalten. Das war erinnert uns alle, die Natur zu erhalten und die Natur zu erhalten.